Echte Polizisten im Einsatz. Die Ruhrpottwache. Eine alleinerziehende Frau vermisst den Patenonkel ihres Sohnes. Während der Suche kollidiert sie mit einem Radfahrer. Der Einsatz führt Polizeihauptkommissar Paul Schwarz und Polizeikommissarin Katja Wolf zu einer verzweifelten Mutter. Schau dir die Scheiße mal an! Hallo, hallo, hallo! Wie soll ich mit diesen Briefen noch? Sie fallen jetzt mal ein bisschen runter. Schönen guten Tag. Was ist hier vorgefallen? Wer hat hier die Vorfahrt genommen? Hier ist rechts vor links. Was ist passiert? Ich gehe in der Umgebung rum und suche jemanden. Der hat Ihnen die Vorfahrt genommen. Was passiert? Sind Sie verletzt? Aber die Verletzung haben Sie auch nicht. Arzt und was brauchen Sie hier nicht? Gut. Er hat laut Ihrer Aussage den Vorfahrt genommen. Wer kam denn hier von wo? Ich kam von hier. Sie kam mit dem Roller von der Richtung. Und Sie? Ich kam von hier vorne. Sie kam von da. Und dann sind Sie hier zusammengestoßen. Weil Sie zu langsam waren. Die Beamten machen dem Fahrradkurier klar, dass er der Mutter die Vorfahrt genommen hat. Die Aufregung der Melderin ist aber auf etwas ganz anderes als auf den Unfall zurückzuführen, wie die Polizisten ermitteln. Ich bin einfach nur ein totaler Arzt. Brauchen Sie denn Arzt? Nee, ich brauche keinen Arzt. Sie sind am Abend verletzt, oder? Ja, aber das ist nicht wild. Nur geschürft? Ja, es ist nur geschürft. Aber so weit geht es Ihnen gut? Ja, ich bin nur total durch den Wind. Weil mein bester Freund Roland, der war verabredet im Café über einer Stunde und er ist nicht gekommen. Und deswegen bin ich jetzt hier die Wege abgefahren. Haben Sie versucht, ihn zu finden? Und er geht auch nicht ganz am Telefon. Und ist das irgendwie ungewöhnlich? Das ist total ungewöhnlich. Weil Roland ist der zuverlässigste Mensch, den ich kenne. Und das ist eigentlich so mein wichtigster Halt. Haben Sie irgendwer hier anhaltet, dass Sie meinen, dass es jetzt so besorgniserregend wäre, dass Sie ihn jetzt nicht mehr geworfen haben? Ist der irgendwie krank oder so? Nein, überhaupt nicht. Ist überhaupt nicht eigentlich. 13, 27 hört. Auch eben an den Rand, ja. 13, 27, ihr seid noch ... Da können Sie ja jetzt erstmal nicht mit weiterfahren. Richtig? Ja, wir sind noch bei der VU-Aufnahme. Ja, ich habe eine Amtshilfe erleden von der Bundespolizei. Und zwar, da ist doch direkt bei euch die Bahnlinie, die Bahntrasse, müsst ihr da langführen? Ja, ist korrekt. Ja, pass auf. Der Zugführer des Regionalexpresses von Köln nach Essen hat an Kilometer 124, das ist laut meinen Recherchen, direkt an der Unterführung. Wenn ihr durchgeht, rechts, gemeldet, dass da wohl ein Passant im Gleisbeck liegt. Also der muss entweder im Gleis oder am Gleis selber liegen. Der Zugführer hat in der Beschreibung nur eine rote Hose. Was? Wir haben eine dunkelweinrote Hose. Alles klar verstanden? Roland hat eine weinrote Hose, die hat da so gerne an bei dem Wetter. Es ist ja so warm und wir waren verabredet. Und wenn er jetzt nicht gekommen ist, also das macht mich nervös. Beruhigen Sie sich, wir schauen jetzt erstmal nach. Die Ermittler halten es für möglich, dass die Person aus dem Zug geworfen wurde. Die Absuche seitlich der Gleise bringt schließlich schreckliche Gewissheit. Roland! Roland! Die Kollegin sagte, sie sollten eigentlich ein bisschen hinter uns bleiben, gell? Roland! Roland! Oh, Scheiße! Roland! Schädchen! Ist das Ihr Freund? Ja, ist er. Roland, bitte. Nee, nee, nee. Ich habe ihn gerade gefunden. Wie heißt der denn mit Nachnamen? Egon von 1327. Können Sie uns hören? Egon hört? Ja, haben hier einen Umweltebaden. Wir haben in der Nähe vom Gleisbett eine leblose Person gefunden. Das ist nicht ansprechbar. Wir brauchen dringend Rettung. So wie wir die Person hier vorgefunden haben, hatte sie schwere Kopfverletzungen. Sie war im Gesicht sehr schwer verletzt. Wir können jetzt natürlich hier noch nicht sagen, ob auch innere Verletzungen vorliegen, Knochenbrüche oder ähnliches. Und von daher ist es erstmal wichtig, möglichst wenig an der Person zu machen. Er war nicht ansprechbar. Mein Kollege hat noch versucht, ihn in die stabile Seitenlage zu bringen. Allerdings haben wir hier natürlich dann zum Glück auch schnellstmöglich die RTW-Besatzung da gehabt und die können natürlich am besten helfen. Hast du das gesehen hier? Nee, warte mal. Ich muss jetzt mal mein Streguliereisen aufziehen. Sonst sehe ich da nicht so viel. Warte mal. Warte mal dabei. Ist noch ein paar Sachen drin? Ja. Das ist aber viel interessanter von Handys aus. Kriegen wir euch an. Ja. Postkarte. Wenn du quatschst, bist du tot. Können wir mal sehen von uns, was steht da jetzt genau da drauf? Also wir haben jetzt natürlich den Herrn kurz durchsucht. Ja. Wir haben eigentlich erhofft, dass wir da irgendwie Ausweispapiere finden. Wir haben aber jetzt hier so eine Postkarte gefunden. Und da ist drauf geschmiert, wenn du quatschst, bist du tot. Wir haben was mit dem Absender dran. Ich film mir da irgendwas. Ist da irgendwie nix? Weiß sie denn was? Hat da irgendwelche Feinde? Ja. Holst du mir Schaubetrage fertig? Also sie hat uns jetzt zum jetzigen Zeitpunkt da noch keine Auskunft darüber geben können, ob sich das jetzt irgendwie erklären lässt, ob er Feinde einen Streit hat. Müssen wir jetzt nochmal erörtern. Frau Pfeiffer. Frau Pfeiffer, kommen Sie einmal mit uns da raus, dass die Herrschaften da einmal in Ruhe arbeiten können. Ja. So, wir gehen einmal da vorne in den Schatten. Wissen Sie, warum er in solche Situationen jetzt gekommen ist? Was er überhaupt hier oben will? Nein, gar nicht. Sie wollten dich doch irgendwo treffen, im Café, oder was haben Sie gesagt? Ja, wir wollten dich zum Kaffee treffen. Ich hab heute früher Feierabend und er hat vorhin noch angerufen von der Arbeit aus und sagte, Mensch, wie sieht's aus? Ich hab aufgehört am Schluss, wollen wir uns nicht auf einen Kaffee treffen? Ja. Und hat er mit irgendeinem Theater, irgendeinen Streit, Konflikte, Geldprobleme, Arbeitsprobleme, irgendwas, dass Sie sich erklären können, dass er mit irgendwem Stress hat? Er hat irgendwann mal, wir haben vor zwei, drei Tagen geschrieben, dass er mit irgendeinem Peter wohl irgendein Disput hat oder irgendwas. Mit einem Peter? Okay. Ich kenn den nicht. Aufgrund der Aussage der Frau könnte möglicherweise der Mann namens Peter hinter der Drohung stecken. Im Kalender des Verletzten entdeckt Polizeikommissarin Katja Wolf einen Anhaltspunkt. Hier steht jetzt ein Peter drin, ist das der, am Grau? Das weiß ich nicht. Können Sie nicht sagen. Wir haben, wie gesagt, per SMS geschrieben, ich kann Ihnen das gern zeigen. Oh, auf dem Weg dahin, haben wir das hier wahrscheinlich erst mal gesehen. Da muss also nicht direkt am Gleis gewesen sein, sondern das sind die Blutflecken. Der hat sich auch so wieder, der hat hier nicht noch rüber geschleppt, ne? Ja, der muss ja von irgendwoher gekommen sein. Guck mal, hier vorne ist auch noch was. Und da hinten liegt ein Schuh, habe ich eben gerade gesehen aus dem Augenwinkel. Wo? Hier. Also nach den Spuren, die wir jetzt hier vorgefunden haben, sieht es nicht so aus, als wenn er von da oben irgendwie runter in der Nähe vom Gleisbett gefallen wäre, sondern dass er von hier aus versucht hat, jemanden vielleicht zu fliehen, von jemandem wegzulaufen und dann gestürzt ist oder wie auch immer vielleicht da verprügelt wurde und dort zurückgelassen worden ist, das weiß ich jetzt nicht. Ich muss erst mal nachschauen, nein. Aber ihn kann man ja nicht dazu befragen, er ist im Moment hier nicht ansprechbar. Von den Sanitätern ermitteln die Beamten, dass die Verletzungen des Patenonkels vermutlich von einer Schlägerei stammen. Die Polizisten nehmen an, dass es sich bei dem Täter um die gleiche Person handeln könnte, die dem Freund der Frau zuvor gedroht hat. Ihr Freund wird jetzt erstmal mit in die Uniklinik genommen, ja? Der wird da erstmal medizinisch versorgt. Nein, Sie können da nicht mit. Schauen Sie mal, da ist jetzt so viel zu tun, da würden Sie jetzt Ihrem Freund wirklich nicht helfen, wenn Sie da jetzt auch noch umstehen, ja? Wichtig wäre, dass Sie mit uns mitfahren. Warum? Weil wir natürlich jetzt hier wissen wollen, was hier passiert ist. Wir wollen das ja aufklären, ja? Die Streifenbeamten ermitteln, dass der Verletzte als Pharmazeut arbeitet. Die bei ihm gefundenen Gegenstände werden von der kriminaltechnischen Untersuchung inspiziert. Der Fall wird von den Kriminalhauptkommissaren Klaus Schäfer und Frank Steffens übernommen. Und die machen mehrere Tatverdächtige aus. Die kam ja nicht zu vereinbarten Zeiten. Warum haben Sie hier gesucht? Ja, die war über eine halbe Stunde zu spät und dann lernte ich mich noch mal anzurufen und hab auch geschrieben und da kam auch keine Resonanz drauf. Ja. Und das ist überhaupt nicht, das ist überhaupt nicht Roland. Hat er denn mal irgendjemand erzählt, dass er Probleme hat? Vielleicht auch nur gesundheitlicher Art? Nee, eigentlich gar nicht. Depressive Verstimmung auch nicht? Nein, nein. Kurz. Ja. Die Ausweitung läuft noch. Die ist noch bei der KTU. Denk ich. Wir haben mal ein Video gefunden, was in den Tatzeitraum passen könnte. Das ist drüben auf den Fernseher gespielt. Gucken wir uns das an. Auf dem Datenträger, ne? Ja. Guckst du das mit uns dann an auch? Ja, klar. Hast du einen Kollegen mal herschicken, der auf Sie auch passt? Ja, mach ich mal. Hier steht irgendwas drin von Amtsgericht am Donnerstag. Amtsgericht Duisburg ein Termin. Die Kripobeamten vermuten, dass die Tat etwas mit dem bevorstehenden Gerichtstermin zu tun haben könnte, der im Kalender des Verletzten vermerkt ist. Das Video zeigt den Kommissaren den Moment vor der Tat. Das ist da die Straße, wo wir waren. Keine Ansage. Nächsten Donnerstag. Fressehalter. Ist das klar? Ja. Das ist ja auch ganz klar. Der passt ja auch zu dem Eintag in dem Buch mit Donnerstag, ne? Habt ihr die anderen beiden gesehen, weil das ja kurz davor gewesen ist? Näm. Sie sprechen vielleicht mal vor, ob sie die kennt. Soll ich sie mal fragen? Ich spreche da eigentlich nichts dagegen, dass sie da halt mal mitgucken, ne? Die Freundin des Verletzten kann keine sachdienlichen Hinweise zu den Männern liefern. Die Ermittler wollen zunächst den weiteren Verdächtigen namens Peter vernehmen. Die Taktik der Kommissare, die Handschrift des Mannes mit der auf der Drohung vergleichen. Roland hat heute eine etwas unangenehme Art der Begegnung gehabt. Er ist zusammengeschlagen worden, ist bewusstlos im Krankenhaus und er ist nicht ansprechbar. Und wir haben einen Namen Peter, zu dem wir das Wort Streit packen können. Weil wir haben eine Aussage, dass sie mit dem Roland Streit haben. Ja, wir haben uns den Peter natürlich angeguckt, er war sehr ruhig. Und ja, bei einem Gewaltdelikt ist man nicht ruhig. Man bewegt sich, man hampelt, man zappelt. Irgendwas kommt auf einen zu, man weiß es nicht, man wird auch nervös als Täter. Er war auffallend ruhig. Naja, und dann mussten wir nachhaken. Also, ich... Das ist mein bester Freund. Ihren Namen, Ihre Adresse und Ihre Telefonnummer aufschreiben, wie wir sie erreichen. Ja, natürlich. Ich möchte sie nicht durcheinander bringen, aber worum geht's denn in dem Streit? Äh, da ist nix, da geht's eigentlich um gar nichts. Trotz erneuter Nachfrage verheimlicht der Verdächtige den Grund der Auseinandersetzung. Parallel zu seiner Vernehmung haben die Ermittler die Freundin des Opfers gebeten, nach weiteren Hinweisen auf mögliche Feinde des Patenonkels zu suchen. Ich habe tatsächlich was gefunden. Roland hat mir geschrieben, dass es sich um diesen Peter handelt. Dass er halt befürchtet, dass der irgendwie kriminell wird. Das haben wir gestern Abend noch und das wollte er mir heute auch noch in Ruhe erzählen. Und als ich eben nochmal durchgeguckt habe, auch die ganzen E-Mails. Er hat am 27. Juli, hat er eine Gerichtsverhandlung beim Amtsgericht in Duisburg. Ich weiß aber allerdings nicht, worum es geht. Das haben wir doch gerade in dem Kalender aufgesehen, ne? Das haben wir in dem Buch gesehen. Ja. Und Sie meinen, das hat was mit dem Peter zu tun? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, bei Herrn Hirten. Menschen ändern sich. Punkt. Peter wird glaube ich kriminell. Eine lange Geschichte. Erzähl ich dir mal so in Ruhe. Ja, das war gestern Abend. Aber hat er nicht getan. Nein, deswegen wollten wir heute auch Kaffee trinken. Wir wollten mir das ja alles in Ruhe erzählen. Die Kriminalbeamten wehrten den Schriftvergleich des Verdächtigen aus und kommen zu einem eindeutigen Ergebnis. Ihr Vorgehen direkte Konfrontation. Und jetzt gucken Sie mal hier. Gucken Sie mal Ihre Schrift. Gucken Sie bitte Ihre Schrift mal hier an. Ja. Und dann gibt es so eine Karte. Kennen Sie die Schrift zufällig? Ja. Kennen Sie auch den Text, der da steht? So, und jetzt Hose runter. Jetzt will ich das wissen. Wenn du Quatsch bist du tot. Und Sie erzählen mir, wir haben einen kleinen Streit gehabt. Kann ja wohl nicht wahr sein, oder? Ich... Roland ist wirklich mein bester Freund. Und ja, das... Natürlich, ja, das hatte ich geschrieben, aber das war doch gar nicht so gemeint. Worum geht's? Worum geht's? Er schwebt vielleicht in Lebensgefahr. Und Sie machen hier dicht wegen einer Kleinigkeit, die keine ist? Wirst du tot? Worum geht's? Sie wissen mehr, als Sie uns sagen möchten. Wenn's Ihr Freund ist, dann tun Sie ihm irgendwas Gutes jetzt. Denken Sie mal drüber nach. Stellen Sie mal vor, das ist Ihr Bruder, dem's gerade so geht. Mir fällt das auch nicht leicht. Ich finde das auch nicht gut, dass das... Anfangen! Ich will jetzt was hören! Ich und meine Frau versuchen seit Jahren, ein Kind zu kriegen. Und das klappt einfach nicht. Wir haben schon alles Mögliche versucht. Alles. Bei wem klappt's nicht? Bei wem klappt's nicht? Bei meiner Frau. Meine Frau muss in dem Moment... Wir haben jetzt alles Mögliche versucht, da ist schon mein ganzes Geld irgendwie draufgegangen. So, und ich weiß ja, dass Roland in der Pharmafirma arbeitet. Wir hatten auch schon mal drüber gesprochen. Ich hatte ihn einfach mal gefragt, Mensch, ob er mir da irgendwie helfen kann. Weil wir haben kein Geld mehr dafür und irgendwann geht's ja auch einfach gar nicht mehr. Und er hat genau das Präparat auf der Arbeit, mit dem er da zu tun hat, was wir eigentlich brauchen. Die Kommissare ermitteln, dass der Verletzte seinem Freund die Hormone nicht schwarz geben wollte. Aus Wut und Enttäuschung schrieb der Verdächtige daraufhin die Drohung. Die Kriminalisten schlussfolgern, dass der Mann mit der Tat nichts zu tun hat. Doch ihr neuer Ermittlungsansatz ist vielversprechend. Wie gehen wir weiter vor? Ich rufe das Amtsgericht jetzt einmal an. Ja, also wegen Donnerstag, ne? Donnerstag ist es. Ja, das Amtsgericht konnte uns auf jeden Fall mitteilen, dass der Roland Held hier als Anzeigender aufgetreten ist und als Geschädigter mit seiner Pharmaziefirma. Er ist bestohlen worden. Und die beiden, die beschuldigt worden sind, dass er sie bestohlen hat, ist ein Fritz Ziegler und ein Jan Zanka. Ja, wir haben uns natürlich dann sofort ran gemacht und haben uns diese beiden Figuren angeguckt. Und dann haben wir beide gesagt, oh, ein Volltreffer. Denn beide Figuren stimmten mit dem Video überein, die der Geschädigte zuletzt gemacht hat, wo er zusammengeschlagen worden ist. Die Ermittler erfahren, dass ihr Sohn ein Praktikum bei seinem Patenonkel macht und er beobachtet dort gerade ein Verbrechen. Und hier läuft irgendwas total komisches. Da sind so zwei total kräftige, aufgepumpte Typen und ich glaube, die glauben die Medikamente. Ich weiß auch gar nicht, was ich machen soll. Roland ist nicht hier. Und ich habe mich, tschüss, ich komme hier nicht weg. Ich weiß nicht, was ich machen soll. Scheiße. Ist das eine große Halle da? Das ist die Firma vom... Können Sie aus der Karte zeigen, wo das ist? Natürlich. Noch ist fraglich, ob es sich bei den beiden Männern um die Tatverdächtigen aus dem Video handelt. Klare Priorität hat für die Ermittler jetzt, den 16-Jährigen vor den offenbar kriminellen Männern zu schützen. Und die sind hoch-aggressiv, wie die Polizisten feststellen werden. Das sind die beiden. Sollen wir mal fünf Meter vorweg gehen und... Ist das okay? Und wenn weit ist dann... Weil dann... Uns erkennen die ja als Polizei noch nicht. Hoffe ich jedenfalls. Okay? Die gucken schon gerade so ein bisschen... Wir gehen einfach, wir gehen diagonal rüber und wenn wir den so halbwegs nicht abgeschnitten haben, gehen wir uns zu erkennen, oder? Alles klar. Wir wollen da hinten hin. Ist da nicht ein Verleih? Hey! Was ist denn? Aber wir haben... Wir haben... Wir wollen doch noch ein bisschen Medikamente haben. Hey! Zurück! Ja! Bei dem Duo handelt es sich um die Männer aus dem Video. Die Polizisten nehmen beide fest und wollen umgehend nach dem Sohn suchen, denn der könnte von den Tätern schwer verletzt worden sein. Ist da noch jemand in der Halle drin? Ich sag gar nichts mehr. Hörst du, wenn da jemand verletzt ist oder so, gibt es ein großes Problem für sie. Wir gehen einmal in die Halle und gucken einmal, was am Platz noch los ist hier. Wir hatten ja im Grunde genommen das letzte Telefonat, was der Junge geführt hat, hat er ja aus der Halle geführt, weil er ja auch in der Halle gearbeitet hatte. Vermutung war nahe, dass sie ihn in der Halle irgendwie zusammengeschlagen haben und dann irgendwo in die Ecke gepackt haben. Deswegen der erste Blick erst einmal in die Halle, das war ja sehr überschaubar. Alle Ecken abgesucht, er war nicht gefunden. Jetzt hatten wir aber einen Autoschlüssel von dem einen Täter. Und jetzt war natürlich die Chance, dass wir diesen jungen Mann dann in diesem Auto finden, ja auch sehr groß. Da, blinkt was! Frank! Ja? Hier blinkt ein Auto! Hier liegt er im Kofferraum! Oh Mann! Ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig, ganz ruhig! Ist auch an den Füßen gefesselt! Ja, ja, ich hab ihn gleich los jetzt! Kriegt er Luft? Luft genug! Der Sohn ist verängstigt, aber offenbar unversehrt. Die Kripobeamten vermuten, dass die beiden Täter den 16-Jährigen entdeckt hatten, als er diese bei ihrem erneuten Diebstahl beobachtete. Alles klar? Und da der RTW rollt, für ihn? Das heißt, das fiel jetzt wie weiter hier? Ja, die beiden sind auf jeden Fall festgenommen, der müsste einmal dem Arzt vorgeführt werden, ob er transportfähig ist, ob er nicht doch noch irgendwo einen Schleudertrauma hat, weil der Sturz war ja doch etwas unangenehmer. Ihnen werden wir ja auch den Arzt einmal nochmal zeigen, dann brauchen wir von ihm aber die Aussage in der Wache, deswegen nehmen wir sie noch mit an die Dienststelle, um das Ding dann auch für den Staatsanwalt fertig zu machen, damit die zugeführt werden. Die Täter wollten verhindern, dass der Patenonkel bei dem Gerichtstermin gegen sie aussagt. Beide werden wegen gefährlicher Körperverletzung, Nötigung, Freiheitsberaubung und Geiselnahme sowie wegen des versuchten Diebstahls zu einer Haftstrafe verurteilt. Der Patenonkel ist wieder bei Bewusstsein und wird keine bleibenden Schäden davon tragen, genauso wie der Sohn.